Moin, Flextock hier. Xiaomi ist jetzt in den Gaming Sektor eingestiegen und hat seine erste Gaming Maus veröffentlicht. Da die Produktbezeichnung Xiaomi Portable Electric Airpump lautet, dachten wir zuerst wegen dem Air, dass es sich um eine Wireless Maus handelt, aber nein. Das Kabel ist nur recht praktisch in der Maus verstaut, hat leider keinen USB Anschluss und ist sehr schwer und steif. Die Maus hat ein Display oben und recht ungünstig positionierte Main Buttons unserer Meinung nach. So, alles wieder gut. Die Xiaomi Portable Electric Airpump ist natürlich ein sehr handlicher und schicker Kompressor für alle Leute, die sich mit irgendwas fortbewegen, das Reifen hat. Also Fahrrad, Motorrad und sogar für Autoreifen ist das Ding geeignet. Okay, dafür nicht. Die Bedienung ist ganz einfach. Es gibt verschiedene Ventilaufsätze für normale Fahrradventile, Autoventile und zum Aufpumpen von Bällen. Der Standard ist für große Ventile wie Auto oder Motorradreifen und Aufsätze sind für Fahrräder und Bälle. Man schraubt einfach den Aufsatz auf das Ventil, wählt grob aus, was man aufpumpen möchte, je nachdem, ob man als Einheit PSI oder Bar in der Anzeige haben möchte und drückt so lange auf Plus, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Fertig. Das Ganze hat einen eingebauten Akku, der ganz normal über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann. Laut Hersteller soll die Akkuleistung für vier Autoreifen halten. Ein Bekannter, der mir den Tipp zu dem Gerät gegeben hat, hat damit allerdings schon acht Autoreifen mit einer Akkuladung aufgepumpt. Wir haben hier jedenfalls schon etliche Fahrradreifen aufgepumpt mit einer Akkuleistung. Einfach den Aufsatz auf das Fahrradventil aufschrauben, hier ein Mountainbike mit Autoventilen und auf Plus drücken, solange bis der gewünschte Druck erreicht wird. Das Besondere hierbei ist, dass das Gerät sehr kompakt und schick ist und für den Notfall einfach mitgeführt werden kann. Es nimmt nicht mehr Platz weg und hat auch gewisse Ähnlichkeit mit einem Fahrradschloss. Normalerweise sind so elektrische Pumpen eher groß wie ein Staubsauger und benötigen eine Steckdose. Zudem kostet das Ganze unter 50 Euro bei Amazon und ist damit nur ungefähr doppelt so teuer wie so eine manuelle Pumpe, mit der man zudem keine Autoreifen aufpumpen kann. Und, naja, ihr seht selbst, es dürfte deutlich weniger anstrengend sein. So, ich hoffe dieser Tipp bringt allen Reifen und Fußballbesitzern da draußen etwas. Da das Ganze hier etwas off-topic ist, teilt dieses Video bitte mit allen Freunden und Bekannten, die in irgendeiner Form Reifen haben. Ansonsten ein Like für den YouTube-Algorithmus und ein Abonnieren unseres Kanals würde uns sehr helfen.